Was? Who is that Pokemon? It's no way for you! Jetzt lass uns einmal ganz... Ich wollte TS gehen, ne? Agurin in der FlexQ! Ist denn schon Weihnachten? Ich freu mich auch. Wir haben es geschafft! Und dann auch noch auf Ramos! Warum spielt der eigentlich Kha'Zix top? Ich glaube, er will Agurin mal zeigen, wie der Laden hier läuft. Ich glaube, das ist ein Zeichen, ja. Warte mal, wir spielen gegen Blitzcrank-Jungle. Das ist mein Hard-Counter. Du musst doch auch ein Auto attacken. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass von den Top-Tier-Junglern... Also, Kha'Zix scheint ja das Sprungbett zu sein, irgendwie. Wie meinst du? Lebron war Kha'Zix OTP, Chaos-Tanzer war Kha'Zix OTP und du auch. Du warst nie richtig OTP, aber was ich meine? Sehr viel gespielt. Wir haben alle mal Kha'Zix und jetzt spielt ja alle keinen Kha'Zix mehr, aber damals... oder weniger. Aber ich bin Kha'Zix einfach ein Jungler, den fast jeder mal gern spielt, oder? So wie die Sin, so. Das glaube ich nicht. Nicht? Nö. Ich kann eigentlich auch move'n. Ich hab gleich Journey. Willst du an den Kados ran? Ja. Ich komm mal ein bisschen ran. Nee, kommst du nicht. Ich kann jetzt... Wie wir denn move'n? Oh, hier ist ein Ping-Bot. Oh, hier hat Ping-Bot gestartet. Bist du? Okay-Mode. Ich bin auch in Okay-Mode. Der sieht uns nicht, keine Sorge. Warum haben wir Bard-Palista eigentlich? Ach, vordel, vordel, vordel. Shit. Oh, er hat geflasht. Oh, er ist noch hier drauf. Hast du denn? Ich komm, ich komm, ich komm. Wait, wurdest du gehoogt? Ja! Oh! Ja, gar kein Problem für die Dive-Waffs, ne? Mach ich gern. Job, Agorin. Geht dir das nicht schön, ne? Wir haben natürlich gesehen, was du da gemacht hast. Mit deinem Armadillo. Okay, Mitte-Dive. Ich roll gleich rein. Okay, Freddy hat noch ein Solo-Bolo. Das ist ja langweilig. Ja. Oh, da oben ist der. Oh, da ist noch ein Blitz-Wack gewesen. Was hast du denn hier? Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Oh, ich hab geminnt. Keine, was mit Dustin. Ja. Das ist, warum ich loilo bin. Was hast du, ne? Ja. Hä? Ich weiß gar nicht, was du hast. Es war ja, so flawless dieser Dive-Gank, was auch immer. Ich vertraue auch, deinen Docks-Mocker. Sonstellig gedenkt uns. Also der GenX wahrscheinlich nur noch rein-spocken, oder? Warte, das kann ich machen. All me. Grüße. Hallo. Okay, die fällt nicht drauf rein. Ich befürchte, die haben... Naja, du weißt schon. Wie denn? Können auch die Weif bleiben, oder? Die finden immer mal im Duff dabei. Mein Mitglieder fehlt einfach den Gegner zum Jungler. Was soll ich machen? Ich dachte, einmal wäre die Jungle Diff auf meiner Seite, wenn ich dich dabei habe. Ich hab die andere. Ich hab die andere. Die Juni. Du hast die FaceRush aber. FaceRush is no place. Wait, shit. Wo? Oh mein Gott, ich kann hinten lang gehen. Da war wirklich Hass dabei. Ich bin da, kann ich... Ult, 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 Ult. Nein! Das kannst du doch bedikten. Hä? Nee. Aber... Freddy? Du weißt, man kann auch gebannt werden im Flex Queue, oder? Oh, das fühlt sich schon fast an wie Solo Queue. Keine Angst, dort wird noch besser über den Abend. Ist das Midlane-Wave for me? Ja, wenn mein Midlaner infeedet, muss ich auch was versuchen, um das Game noch zu gehen. Wenn der Blitzkick jetzt schon wieder hier ist, ne? Der ist direkt da, ne? Sehr cool. Der passt doch nicht. Warte, ich jump rüber. Der, der jumpt doch gleich rüber. Du musst nicht rüberjumpen. Du musst nicht rüberjumpen. Du passt doch nicht! Unser Damage ist ja insane. Ich ult dir gleich, okay? Er hat actually gerade in der School eine Flash bekommen, ne? Oh mein Gott, der war zu gut gerade. Ich hab auch, der hatte davor Hex-Flash nachher. Alle brauchst du Hilfe? Ich brauch Hilfe. Ja, what the... Oh oh, ich komm, ich komm, ich komm. Es ist ja so ne fette Midgap. Der hat kein Flash, der hat kein Flash, der hat kein Flash, der hat kein Flash. Ja, okay, der ist gut. Wie viel Damage machst du denn? Hä? Was hattest du denn jetzt? Ja, die hat das extra Sound-Effekt. Nice. Ist das eigentlich... Wissen das die Twitch-Chats, dass es mal ne Phase gab, wo du bei NNO in Serious-Matches auch Rammuz spielen wolltest? Da kannst du das bitte nicht leaken? Achso. Das war doch dein Counter für Belveth, ne? Hallo? Ja, ja. Wir sitzen in Champ Select in unseren Try-Hard-Offstream-Scrims und plötzlich schreit Agurin, ich habe hier einen Counter-Pick, es ist Rammuz. Aber Leute, das ist legit gut gegen Belveth, ne? Das ist der beste Pick gegen Belveth. Ja, 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 ja. Ich hab schon mal deine Sejuani in Scrims gehabt, ne? Du beißt das. Das war als Sejuani war völlig broken, ne? Und dann hat Agurin einmal in Scrims Sejuani gespielt, das war noch bei ESG. Er ist Level 1 in Welden gegangen, gestorben, hat Mobi-Boots gekauft, gesagt, der Champ ist nichts. Oh, top, 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 top. Ja, 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 ich rolle auch. Wir sind im Busch. Hm, auch am Rollen. Ey, Freddy, wenn du wartest, wenn du ihn siehst, dann kannst du mich missen, ne? Oh! Der ist so ein Chunk. Der ist so ein Chunk. Der ist so ein Chunk. Der ist voll ab. Ach, schade. Da musste der A-Trick voll broken. Das liegt natürlich auch an den starken Lanern. Freddy int mal noch ein bisschen. Ich glaub, du hättest ja noch pushen können. Ja, man muss schon in Flexio, das ist schon, also wir müssen auch ein bisschen Spaß haben, weil ansonsten könnte halt ein bisschen langweilig werden. Also exotische Picks sind auf jeden Fall an der Tagesordnung. Ist Varus bitte nicht, Alter? Ich glaub, unser Draft ist, äh... Aber unser Draft ist jetzt nicht so schlecht, ne? Ich kann ja den Support-Place da ein bisschen spielen. Bitte nicht. Oh, bitte, 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 bitte. Bisschen Funnel. Bisschen Funnel. Wir können nur noch ein Funnel sein, ja. Wir müssen nicht Funnel sein, ja. Der neue Shit ist actually at least Top-Lane mit Super-Item. Nee. Ich hab das selber noch nie gespielt. Ah, du würdest für uns das machen? Ja, das würd ich machen. Seid ihr fein, ne? Aber wenn du abends nicht mehr in den Spiegel schauen könntest. Ja. Ich geh nochmal rein, ne? Okay. Aber bitte auch sowas wie Yuumi Top-Lane. Oh. Oh. Mein Dapper kam nicht mehr raus. Ich schlick. Ich geh die Kaiser-Train. Ich geh die Kaiser-Train. Ich geh den Ritz-Train. Ich geh keinen Clan. Oh, Karni! Da merkt man, dass du OTT bist. Wow! Ich bin Lazarus-Subscriber. Bist du? Äh, ja. Gegiftet zwar, aber... Oder hast du alle deine Leeren rausgezogen? Was soll das denn jetzt heißen? Okay. Yuumi hat dich auch. Leckt der auch die ganze Zeit? Nö. Nö. Ich glaub das ist mehr so ein Schweizer-Ding. Jeder für sich. Ich komm, ich komm. Oh, shit. Wo ist das Gürteltier hergekommen? I will Avenger. Was hat gedrucken? Ich glaub hier was? Oh, der... Ah, ja gut. Garen kann er nicht. Ich geh ganz lang. Ich geh nicht. Ja, ja, ja. Ich chasen mit dir. Okay, ich komm auch Long-Contact. Ja, den haben wir. Wollen wir einfach die andere Richtung hin? Äh, ja. Schwer hat Face Rush. Ich hab den, ich hab den. Ich hab den. Der hat auch Face Rush. Ja, die Katze. Die Katze hat auch Face Rush. Kann ich jetzt töten oder? Es gibt da noch jemanden, der auch gerne den Blue nehmen würde. Das ist das gar nicht. Ich hoff das. Ähm. Ähm. Na, du tankst den noch, glaub ich. Das ist besser so. Oh! Oh, okay. Ich komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt. Äh, ja. Gut, jetzt, gut, jetzt, gut. Boah, ich bin arg. Ich muss keine Katze. Ey, Nash ist ab. Wir könnten Nash machen. Jo. Ich glaub 700 AP Minute 20, ey. Aber es ist trotzdem eigentlich so ein geiles Eifel. Klopp. Ich hab den. 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 Oh mein Gott, die haben dich. Ne, ne, ne. Oh, ey. Äh. Der hilft dich gleich, glaub ich, oder? Hier. Stimmt. Okay. So weit kommt's gar nicht. Aber du hast ihn nochmal abgeboren, ne? Ja, ja. Ne, oder? Der ist durchgegangen. Okay, dann mach ich mal meine Aufgaben hin. Oh, hast du Pfeifen? Die Kai hat keinen Gale Force, aber die hat Ult. Oh mein Gott. Hm. Die wollte wirklich outblänen. Ja. Hast du auch Melania getötet, oder wie die heißt? Ne. Das hab ich auch gehört. Ich auch, genau. Die ist so schwer. Ich glaub, die gehen für Agurin Junior. Du hast sie gemacht, Teamwork. Ich hab die im Online-Modus gespielt, ja. Sie haben die zu viert gekillt. Ja, dafür hab ich sechs Stunden gebraucht. Hä? Das klingt jetzt nicht so effizient, muss ich sagen. Ne. Sie wird ja auch stärker. Ähm, also gewisse Werte kriegst du dann schon, ja. Abhil. Damage. Wenn die Junge nicht heilt, hab ich ihn sogar da, ne? Ist jetzt eigentlich jeder schon einen Flame abbekommen von der Junge? Jo. Ah, ich hab die gemütet. Ich glaub, Kanya hat's nichts gesagt. Ne, ja. Ich bin gestraft genug in meinem Gameplay. Das hast du jetzt gesagt. Kanya, komm mal zu mir. Wir machen noch was. Wir gehen gleich aus. Wieder mal in die Amadillo-Cam hier, was passiert. Was machen wir denn? Wir killen den Kathos. Okay, ich hab kurz gehofft. Der Kathos ist da unten, ne? Ja. Oh, okay. Actually Kreiser zuerst. Die ist One-Shot, oder? Haben die keinen Kleinsatz? Ja, ich denke schon. Was? Das ist ja so geil. Alter. Hä? Hä? Also das ist halt der Grund, warum das Barret countert. Jeder Auffang macht ja selber 150 Schaden. Du machst ja voll viel Schaden. Ist das sogar nicht magischer Schaden? Ja, ist magischer Schaden. Also er hat ja auch noch mit sein. Ob man Rammus mitspielen könnte? Oh shit. Rammus Mitte? Bin mir nicht so sicher. Naja, gegen Kiana hat er gesagt. Es gab mal eine Zeit, da hat tatsächlich hier Baus die ganze Zeit Rammus gespielt. Das sah auch nicht so bad aus. Also er kennt sich aber selber. Oh, Frenz ist bock. Oh, was? Der alte Bild kann doch nicht gut sein, oder? Nee, ich koch nicht. Das sieht schlecht aus. Ein bisschen Kathos töten. Okay. Oh shit. Können wir jetzt? Freddy, bitte! Wow. Okay, damit habe ich jetzt... Wow. Okay. Nein! Ich glaube tatsächlich, du wärst fein gewesen. Ich glaube auch, dass ich... Also ich wollte dich sterben lassen, aber da habe ich gesehen, dass du fein bist. Dann habe ich dich gehealt, damit du... Ne? Bin auch noch welche. Ich wusste gar nicht, dass wir eine Kalista im Team hatten. Oha. Hallo? So. Ja. Perfect.